Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Minigames, oder Minispiele. Und wir zocken ein bisschen Bad Wars auf Gomma. Hade, in Typ Blau auf der Map Sturmwaffel. Ein Map mit zweimal drei, also einer Art halt, zweimal drei, zweimal ein Team von den drei Leuten. Oh, bin ich gut in Drop-to-Run. Oh, wird's ein First-Try, wird's ein First-Try? Na, nein, na, verdammt. Egal. Die Map ist erstellt worden von Marky1110 und es geht auch schon los. Und bäms. Es ist so ziemlich nice im Map, finde ich. Nee, das ist ein Eisen. Ja, das juckt mich nicht. Fakt schon mal an, mich nach vorne zu bauen. Es gibt hier keine... Ja, doch, es gibt eine Mitte, okay. Du wirst schon gar nicht mehr. So. Nee, jetzt schon mal ein bisschen nach vorne bauen. Wenn jemand jetzt hier klug ist, löst mich schnell ab. Nee, sind nicht klug. Kommt, mach mal weiter hier, equippt euch nicht. Mach mal weiter hier mit Blöcken. Zehn Blöcke. Das ist ja gar nix, Alter. Ja, wenn ich das alleine mache, dann werden wir richtig langsam werden. Team Blau, ne? Ja. Na komm, mach mal schneller hier. Nicht die ganze Zeit equippen. Und ich will auch ein bisschen Zeug. So, der erste equippt sich und läuft nach vorne. Ich hole mal das erste Eisen hier. Ich hole mal ein bisschen Blöcke. Ein bisschen Essen, der... Toll. Ah, der eine baut das Bett ein. Perfekt. Ich equipp mich nur ein ganz bisschen. Hm. Das ist schon das Nötigste. Na. Equippen. Equippen. So. Ach, da vorne. Der hat auch schon prächtig gebaut. So, erstmal was Ersen hier. Gab's schon kill? Nee. Okay. Mal ganz weit nach vorne laufen. Oh, da vorne ist ein roter. Oh, der hat schon das Rote einzustellen. Ja, jetzt geh ich drauf. Okay. Der ist down. Jo, der ist down. Oh nein. Ach, das ist ein roter. Scheiße, ich hab's verwechselt. Nicht sterben, nicht sterben. Scheiße. Er kommt. Nein, ach, scheiße. Er kommt zu uns. Oh, verdammt. Er kommt da rein. Schneller. Okay, wir machen das. Wir machen das. So. Weg damit. Und da kommt ein roter. Jetzt drauf. Jetzt ist er abgelenkt. Jetzt drauf. Du. Weg. Ah, ich kenn deinen Trick. Falschaden. Falschaden. 2.0. Ein Eisen. Perfekt. Hier, Spitzacke wegwerfen. Ich hole eine ganz schöne Rüstung. Es gibt nur noch einer. Ich geh jetzt drauf. Alle druff. Alle druff hier. So. Da vorne. Ist das ein roter? Oder ein blauer? Erkenn ich nicht. Leider ist der rote. Warte. Ah, nee. Der baut sich jetzt wieder hoch. Warte mal. Er dürfte noch gar keinen Bogen haben. Ich treff dich. Ich töte dich. Ich kill dich. Yo. GG. Nice one. Yo. Okay, das war's mit der Folge, Leute. Was euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.